Einen wunderschönen guten Tag zusammen, wir sind hier im Special Stream am 1. und 2. Oktober 2016 mit dem ersten Sub Wars, einem von zwei Sub Wars, das der Sub Wars wohl alle mitmachen konnten. Der Sub Wars, der als nächstes kommt, sind nur Premium-Subs. Heute haben wir dabei den Sigvaldo, den Popel, den Freezer, den Sunfake, den Callisto, gegen Dovino, Spliss, Blockice, Mr. Freak und Explosionshund. Und gespielt wird DE-Dust-Tag, eine Mischung aus das 2-und-Ads-Tag und das 2-mirrored zusätzlich noch. Sub Wars-Settings, und der will, glaube ich, hitten. Ja, ja, da kommen wir. Bombe wird gelebt? Nicht schlecht. Ist erlaubt, ist erlaubt. Das muss man natürlich retaken. Ich find die mega geil, die Map. Alang bockt mich so an. Ja, die kommen noch nächstes. Ich sag jetzt offiziell, die Skylars ist die echte D2. Ja, ist auch sehr. Oh, es wird gehittet, nix mit dem 108. Hä, was ist das? Ist der bescheuert? Hallo, das sind aber keine Sub Wars-Settings. Die betrügend. Das sind keine Sub Wars-Settings. Das ist disqualifiziert. Ja, CTs haben die Knife. CT haben die Knife. Ist der so bescheuert, oder was? Und natürlich, Team Paradox, diese Bande, diese Spinner-Bande. Naja. Die sind's aber. Also CTs haben gewonnen jetzt, ja? Ja, naja. Ah, jetzt muss ich mal kurz hier, jetzt muss ich mal kurz hier und so. CTs haben Zeit nur. Wer war das? Wer war das? Das ist Blocknais. Äh. Sag mal, bist du bescheuert? Was, Mann? Komm doch. Nicht hin. Was sind das? Ja, alles erlaubt. Junge, äh. Ja, ja, nicht alles erlaubt. Mann, äh. Alles außer den Waffen. Ja, was ist das für ein... Hä? Na, na, da müssen wir nachher noch weiter fangen. Stay or Switch. Ja, halt schein, Alter. Und wir hoffen sie einfach weg. Na, eigentlich, eigentlich kennt man die Map ja, das 2. 3. Aber dadurch, dass sie halt mirrored ist, ist das trotzdem noch mal ein bisschen was anderes. Sie wollen Stay, Mann. Sie wollen CT anfangen. Wo wir das gedadelt haben, das war auch exklusiv. Ja. Okay, dann geht's auch direkt löst. Schauen wir mal. Also den wird mal beobachten, den guten Mann. Block heißt, ob er weiter betrügt. Wir schauen mal. Wir wissen aber... Ich würde die CTs aber stärker einschätzen, weil ich weiß, dass Sunfec und Kalisto beide schon ewig lange Subs sind, also können die gar nicht so kacke sein. Ja, ist ja krass. Der war an dem Sub-Boss dabei, wo Tiggo null Frax hatte. Hat Quacks vorhin gecallt. Echt? Der war auch schon mal dabei, okay. Da geh ich direkt mal auf den. Ja, ich kenn den auch. Es wird sogar B. Ich glaub, die T's sind krass. B-Gewalt. Die sieht so geil aus. Ja, Kalisto ist da. Der muss jetzt mit Us-Peten. Ich bin raus. Eins. Ne, war Waldo. Oh, Waldo, Alter. Waldo macht zwei. Waldo macht drei. Schöne Frax. Oh, Splix, Alter, macht fertig. Waldo, er lebt aber noch immer. Die kriegen ja nichts down. What the fuck. Was sind denn die Maids, Alter? Das ist die Maschine. Das Popel mit Riesel. Riesel, mach dich rein. Der legt Popel. Der legt Popel hin. Ah, ja. Der wird dann... Oh, er wird abgefangen. Alter, was? Was ist das denn? Ich war nicht einmal auf dem drauf. Ist das eine D? Für eine Haare, Alter. Oh, ein schönes Clantec. Da guck ich auch noch mal nach. Was ist das denn? Oh. Ne, 17 Mail. 17 Mail. Ach, Mann, ey. Nein. Okay, dann. Mach mal locker ein Ace. Einfach mal das Ace. Dann bist du dran. Wird wieder B. Ich geh auf Sig, Waldo. Der hat gekauft. Der hat gekauft. Und der wird in-game gecalled. Waldo hat eine MP9 geforst. Aber das ist doch nicht B. Der wurde gerade in-game short gecalled von Sunpack. Hat sogar recht gehabt. Da ist er. Ja, schöner Frack. Waldo macht es jetzt hier auf die Kiste auf B. Ist ja geile Posi. Ja, ist wild. Aber da ist nix, oder? Nee, B wird es glaube ich auch nicht. Doch, Bomben ist doch Katas. Die Premium Flashes auf A. Alter, der kennt die Map. Guck dir den Nails von dem an. Wer, wer, wer? Ihr Spliss. Der Kalisto mit 5er gedrückt hat. Sag mal, sag mal. Der Kalisto mit 5er gedrückt hat. Ui. Alter Kalisto. Die holen die Eko, man. Waldo verendet ein Schwein. Alter, fast flawless. Null Schuss. Kalisto, mach den Frack aber. Wenn er jetzt rumzieht. Ja, hat er. Tja, ja. Gute Eko, man. War da nicht drauf. Wer hat da so gehäntelt? Kalisto oder was? Was hat er gemacht? Alle eigentlich. Mad Frack. Ach, Kalisto hat einen Mad Frack gemacht. Gute Eko. 1 zu 1. Und wer soll da die Flashes schaffen? Der Spliss, oder was? Der Spliss ist so much. Der rafft alles. Der hat die Nummer 0. Jetzt geht's lang. Oh, Langgewalt, wer ist lang? Nummer 3, Freezer. Freezer muss halt... Oh, er ist voll. Ich hol da Freezer drauf. Der spielt bei Wortus Po. Mal gucken, wie er es handelt. 1, 2. 1, 2. Schöner Spraydown. Hier ist Popel vom Spot. Popel hilft. Schöner Hits. Schöner Hits. Ja, gut geführt. Reicht. Nur Spliss. 10 AP, was soll er machen? Macht einen Atomsmoke oder so. Und dann holst du noch, sag ich. Ey, die sollen einfach mal die Map adden für eine Woche oder so. Die sieht so unmirrored, aber die sieht so geil aus von der Grafik her und so. Mich bocken die Textur in Ultra an, das passt irgendwie voll. Einfach mal am 1. April das 2-Mirror-Druckladen. Ja, warum nicht einfach mal machen, man. Die hat 30 MB, da wird keiner flame. Stell dir mal vor, das ist irgendwie so ein Major-Finale und die könntest du nicht rückgängig machen oder so. Das ist 2-Mirror-Druckladen. Die machen es halt nicht. Ist natürlich der Full-Buy bei den CTs. Die T's haben eine Eco. Wo geht's hin? Richtung B? Ja. Kalisto ist der Erste auf dem CT-Spot. Soll aber Lower werden. Schön. Ah, ist einfach eine Piss-Full-Eco, die werden es nicht hätten können. Erster Waldo. Ja. Kalisto auch. Haben noch abgesmoked, glaube ich. Wenn Sun-Fack jetzt von Mitte rein pusht, das wäre geil, wenn er Lower jetzt reingeht. Ich glaube, Waldo hat da schon... Waldo, schöner First-Fack. Bombe gesehen? Bombe down? Loll. Schöne Hits. Waldo hat's... Oh, gute Hits. Jetzt Sun-Fack von Lower. Alter, wie sieht ein Cut aus unten aus. Das ist ja too much. Da ist gar keine Treppe. Das hat jetzt eine M4 gepickt. Der Arztendrücker. Guck mal Freezer jetzt, wie er von Lower kommt. Das bockt mich so an, wie es so auch geht. Naja, zwei Einfall-Kills für ihn. Schön gespielt. Na ja, klar. Mal schauen. Können Stick kaufen. Mr. Freaker könnte eine AWP bestellen. Spliss kauft die AWP. Mal gucken, als ob er dann... Geht er da auf? Frack mit AWP? Er tauscht... Fuck, wer hat jetzt die AWP? Spliss hat doch die AWP. Mal gucken, ob er was machen kann. Oh, und das sind gar nicht die Metall-Durse. Du kannst halt echt durchbringen. Timing, der hat's gerade weggegangen. Da kam er noch. Ja, die haben irgendwie die Waffen da verhaft. Soll aber wieder lang gehen. Da steht nochmal Freezer. Ah, vier Leute lang raus, einer kurz. Ja. Ich stehe aber ziemlich def auf. Ah, Freezer wieder Nummer drei. Kurzzeit gleich Kontakt. Oh, der Hund kriegt den Klick. Jetzt Freezer muss halten. Von zwei Seiten wird er jetzt gefickt. Oh, schöne Fracks vom Hund. Au, 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 au. Der Hund frisiert den Spot. Alter macht er auch nichts mit AWP, oder? Sunfake ist aber am Start. Die Nade ist köstlich. Die gute Nade, oder? Ei, ei, ei. Die hat gesessen. Alter, haut er sich noch. Aber Kalisto lebt noch. Der ist irre, der Typ. Kurz pusht gegen. Sunfake, schöner Klick. Der ist gut. Der ist on fire. Der ist on fire! Der ist schon ein Cheaterwichser. Er kann Kitten. Ah, der fuck. Was ist das? Das Molo vom Mate. Der war vom Mate, der Molo. Er kann Kitten. Der ist auch ein Cheaterwichser. Der hat keinen Kit. Der einzige der keinen Kit hat. Ah, man, die Scheisse. Der ist es so da. Der ist nicht? Der ist nicht. Der ist einfach drüßig durch. Das geht nicht durch, oder? Drei Sekunden. Oh my god. Eine Sekunde. Ging das durch? Das ging durch? Der hat's geschafft. Alter. Der hatte 5 HP und Kitt durch. Alter, what the fuck. Das war so knapp. Das war ja bitter, man. Jetzt geh ich mal auf Sick Valdo, der hat Aave. Mal gucken, ob der Mitte anhalten will. Ah, wo guckt er dahin? Das war aber übelknapp, man. Ich dachte eigentlich, der hat es nicht geschafft. Er macht's, oder? Das wird ein B-Rush. Ja, mit Zorn. Ich bleib mal auf Valdo, ich bleib mal auf Valdo. Mal gucken. Was macht er? Da ist wohl noch, ja. Ja, die brechen ab. Der wird gleich wieder lower kommen, glaube ich. Aus Sunfax steht Death. Soll wohl doch B werden. Wo ist ein Kalisto da? Ach, ist es B? Ja, vor B. Ein Auto quasi. Auf EZ gab's noch keine. Oh, David Lower. Der Hund popt mich aber echt an. Der will Mitte raus, oder? Nee, der hat nicht mehr. Der hat nicht mehr. Aber es geht kurz. X Valdo mit Mitte. Der muss jetzt halten. Der Hund kommt nicht die Kist hoch. Popel, Popel auf kurz. Jetzt Popel muss halten. Und das ist der Hund. Der Hund ist schon feier. Hat der an? Ich guck mal, hat der an? Hat der an? Guck mal, hat der an? Hat der an? Hat der an? Hat der an? Der nächste Frack entscheidet, ob er an hat. Guck mal, ob der ein Reiß macht. Er hat 300 Stunden. Er hat offiziell an. Er hat sein EZEA-Profil verlinkt. Das ist richtig schwierig. Ah ja, Warleg. Nee, nee, nee. Ja, ESPHE, ESPHE. Ja, an. Offiziell hat der an. Er verlinkt sein EZEA-Profil und hat kein EZEA-Profil. Was? Wie einfach 404 Error oder was kommt da? Er kommt da einfach an EZEA-Profil, aber hat keine Sets, weil er auch kein Premium hat. Ach so. Das sind die T's. Ich glaube, das ist echt ausdrücklich und das ist echt gute Konstellation hier. Aber Dovino, ein Frack nicht. Ah, da gehe ich mal drauf. Nummer 5. Nummer 6. Ah, da wird wieder Indium gecallt, obwohl man im Voice ist. Dovino, was macht er? Oh, da hält einer an. Der Splice hält an in der Mitte. Da musst du halt eigentlich schon abdrücken irgendwann in der Mitte. No, macht lang und fertig. Geht auf der Nation drauf, mein fuck. Geht er auf Entry? Explosive hat ultra low, auf kurz. 2 HP, also. Was ist das für ein EZE? Popel, schöne Fracks. Alter, Popel! Da ist Rehn-Business. Was ist noch einer? Popel, Alter. Der geht gut rein, auf lang. Kann er den 4K machen? Der macht er, macht er. Der Freezer kommt da zu Hilfe. Nach der Explosion, so hat 2 HP. Nee, kann er nicht schaffen. Ey, das ist so ein Hin und Her, Mann. Jetzt wieder eine Flawless-Runde. Ja. Von den CTs. Also ich will mal ein bisschen AWP-Action sehen in der Mitte da. Dann müssen die T-Sat mal anhalten, ja. Einfach mal bangen. Splice hat gerade angehalten, aber der hat sich nicht getraut zu schießen. Einfach mal schießen. Die AWP geht an Sunfack. Ich glaube, der ist hungrig da in der Mitte. Einfach mal mit der AK bangen. Dann machst du auch Ultra-Damage. Wird wieder der B-Split, oder? Oh, Sunfack hat jetzt einen Free-Frag auf kurz. Schön gespielt. Ich kann den nächsten kurz ansagen, aber er bangt ein. Ach, schade. Er bangt noch ein. Aber spielst gut eigentlich in der Mitte. Jetzt muss man einfach mal die Dore bangen. Schade. Der hat ihn aber gesehen, glaube ich, kurz. Keine Ahnung. Machen sie jetzt B, oder? Das sieht aus, oder? Raus gleich, oder? Sieht dann ein B-Split aus. Ich weiß natürlich, wie willst du eine CT-Smoke machen? Du hast halt nicht mehr diese Anhaltspunkte da für deine Smokes und so. Aber Waldo steht richtig gut da. Wird aber wieder B. Waldo steht richtig gut. Soll was? Boah, die spielen ein bisschen slow in den Runden. Ja, ein bisschen zu langsam, ja. Weißt du, dass es drauf geht? Ja, sick, Waldo hat die Premium-Pose. Explosionshund. Oh, die Flash? Der Molo war es nicht. Waldo hat eine Mega-Flash. Ich glaube, der flasht sich selbst, oder? Ja. Ne. Oh, war die gut. Die war echt gut. Block-Eis, wo kommt der her? Block-Eis kommt von hinten in der Mitte. Oh, der schießt jetzt ohne Witz. Wo ist denn Block-Eis? Guck mal, Block-Eis, was der für eine Runde bricht? Oh, ich bin Arsch hoch. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Alter, Block-Eis hatte gerade so eine kranke Pose. Er kann es aber holen. Das ist ein krankes Game eigentlich, Alter. Das ist so, er brennt es überall. Oh, die Awe im Klatsch. Und die Flash. Und die Flash. Team Paradox. Ja, das ist es direkt. Direkt von mir gelernt. Ja, die Awe hätte er nicht picken sollen. Oh, er ist so nervös. 20 Sekunden. Kriegt er das Record von den Mates? Ja, Auto. Die müssen gekaut werden, Alter. Muss doch gecallt sein, dass die... 20 Sekunden. Die müssen doch mal raffen. 10 Sekunden. Hallo. Sag dem, schreit dir doch mal an. Team Paradox ist esch. Ganz klar. Er schillt sein Leben, Alter. Er bricht diese Runde komplett ab. Ja, 3, 2, 1. Das Ding ist durch, mein Freund. Haben die das alle nicht gehafft, die Uhr, oder was? Bitte alle Mülleimern in den Chat spammen, bis es nicht mehr geht. Wahnsinn. Team Paradox. Aber es ist auch ganz klar, warum das gerade passiert ist. Ja, fein. Schön wegwerfen dieses uns. Das hat alles gut gelernt. Da kommt schon der Tilt-Buy vom Glock-Eis. Der Tilt-Buy. Den hat er doch gespeichert. Ah ja, stimmt. Oh, die Scheiße, ja. Dann kommt der Tilt-Speicher. Aber die AK geht an Explosionshund. Ihr Entry für die Aan? Ja, der hat an. Er rennt durch den Molo wie ein Geisteskranker. Ja, jetzt werden sie niedergemäht. Was sollen sie machen? Ah ja, in Waldo jubbs nicht mehr. Was sollen sie da machen? Ah ja, da kommt die Müllheim-Monschat. Oh, du Scheiße. Da ratet's rein. Ist auch verdient. Popel, er readet das. Schön gespielt. Jetzt sind es doch die Zähne jetzt nach dieser Unsinn-Sing-Wahnsinns-Wunde, die einfach nur krank ist. Ja, Mr. Freaker und Dovino ihn machen halt relativ wenig. Da geh ich jetzt mal drauf. Oder sehen wir? Ne, keine AWP. Mr. Freaker war ich noch gar nicht drauf. Mal gucken, was er macht. Karambit Ruskote im Nobber-Style. Kauft sich ne Diegel? Kauft sich ne Diegel, ne? Was ist das für komischer Buy? Auf jeden Fall. Ach, der Force auf jeden Fall. Ich bleib mal auf ihm drauf und guck, was passiert. Oh, der ist... Der war durch, ey, der war doch... Oh, der Force ist doch, oder? Aber Sunfake, der spielt die Smoke richtig gut in der Mitte, da immer kann drüber peepen. So, wieder Freezer und Popel, das Duo auf A? Ja, der Molly ist unsichtbar. Ah, Dox ist schon bei euch, aber er hat 4 AP und nur mit Lock. Molly ist einfach unsichtbar gewesen. Ja, Freezer macht's. Fuck. Ah, das ist ultra safe. Was, der hältst du durch Smoke? Ich dachte auch grad, ey. Boah! Bombeer ist CT getrobt. Ah, er macht's, er macht's. Ja, ganz safe auf Freezer. Gut, 8 zu 2. Der war das von... Der ist weggeworfen bei Team Paradox. Block Ice. Block Ice, ja. Ach, das war der, der an der Pistol-Rune betrogen hat in der Nightmare. Ja! Der wirft zweimal weg. Der betrügt in der Pistolen-Runde und dann wirft er noch die Runde weg. Ja, da ist es direkt im Interview. Oh, Block Ice hat jetzt die AWP, der geht drauf. Wo ist er? War zu langsam, leider. Ich glaube, da sind irgendwelche Geldbeträge geflossen. Guck ich mal um an den Atzen. Es geht über kurz, jetzt wieder Sunfake. Der spielt jede Runde dieselbe Kursi da, die Smoke. Jetzt aber kurz zu euch, wer ist denn da? Wird aber durchgeflasht. Der Hund ist durch. Popel, der Popel. Popel jetzt Atom-Nade. Gute Nate, gute Nate. Es wirbel die. Die ist lecker, die ist köstlich. Boah! Jesus. Das war safe, 150 plus Damage. Aber der Popel wird jetzt gemollied, oder? Nee. Nee, der Smoke ist auch da. Jetzt rennt rein, Molly. Jetzt rennt rein, Molly. Ah, Sunfake wollt backstam. Die haben ultra viel Low, was the fuck? Block Ice, ist nochmal da. Wo passiert's hier? Die haben alle Low, of course. Eine Nate da rein. Das muss einfach jetzt B-Colz sein. Schieben nochmal B, das spielt's gut. Alter, die haben echt Schweine-Low alle. Die Runde ist noch offen. So, wer ist von den C, die ist der Erste? Sick Valdo, Nummer 5. Freezer kommt auch schon. Die wissen jetzt, dass es B ist. Oh, jetzt Valdo. Nein, er hätte einen machen müssen. Die Runde ist immer noch nicht safe. Ich glaube, hier passiert noch was Komisches. Jetzt kommt Mr. Freezer auf den Squad. Eins. Macht einen. Das sieht man doch den Kopf, Alter. Fast Block Ice, what the fuck? Ey, was drückt er denn mit der AWP? Die haben zusammen 60 HP, aber er wird saven. Der weiß das, glaube ich, nicht. Ja, der kann auch nichts machen, das Ding ist weg. Oh, vergoldet, ey. Die waren so low. Oh, er hätte da noch eine Nate gehabt für Cutters, gerade der Sick Valdo, was wär's gewesen. Mal probiert's doch nochmal einen Exit-Frax oder was? Eco-Frax. Ah, schieben zusammen über die Mitte weg, die spielen seriös. Ja, aber den low AP, da wird's sich nicht immer antesten. Gute Runde von Block Ice da auf jeden Fall. Er hat Cheaters auch. Zweimal AWP-Wallbang war das da euch. Nee, der hat, glaube ich, beide einfach durch den Stütz in der Mitte geholt. Ah, okay. War kein Bang dabei. So, jetzt aber Block Ice. Gehen wir mal auf den. Der hat jetzt die AWP und kann Mitte anhalten. Mal gucken, was er jetzt macht. Keinen Skin. Gucken, was geht. Der hält an. Und er schießt nicht. Er schießt einfach gar nicht, Alter. Nettere Flexe. Da war der Freaker nicht ready. Jetzt wieder Sunfake. Er spielt immer die Smoke und wird belohnt. Sick Valdo geht kurz auf. Oh, ein netter Trade. Ja. Macht euch wieder kurz durch das Klapp. Gute Nate gegen Mr. Freaker. Doch nicht. Boah, 10 HP nur noch. So, es ist wieder der Popel und der Freezer auf kurz. Gucken, haben wir mal nicht so krasse Waffen. R und P. Mr. Freaker, der hat noch gar nichts gezeigt. Was ist das denn? Hä, hä, wie ist das passiert? Einfach Mitte unten, in der Dog. Ja, immer so vorsichtig die Szene. Kommt auch nochmal mit kurz. Jetzt wird's kurz. Also die trauen sich da nie, die T's. Die brauchen immer so ewig. Guck mal an Popel zu. Was der jetzt? Ja, der Popel muss jetzt. Popel entscheidet die Runde jetzt. Wenn er zwei macht, kann es nur holen. Einen schön spielt. Gutes Aiming. Der aimt gut. Boah. Jetzt Freezer. Mit U und P. Macht einen. Und dann holt die Bomber. Dann noch einen hier rausnehmen, oder? Kalisto kommt, zählt die schon. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Jetzt sieht die nicht. What the fuck? Die war doch drauf. Ich dachte, Kalisto wäre drauf gewesen. 8 zu 4. Das wird knapp. Komm ich nochmal reden. Die kommen re. HP, mal gucken, ob jetzt seriös geantwortet wird. Es kommt eine Beleidigung. 5 Euro auf eine Beleidigung. Kommt einfach nichts. Einen. Einen. Ja, ja. Ja. Okay. Direkt gegen Trolls. Das wird B. Die CT ist aber richtig close mit den Freaks beisammen. Auf der T-Seite. B-Gewalt, oder? Ist es die B-Gewalt? Oder brechen die ab, lower? Ja. Die brechen ab. Die CT ist pushenlang. Zu 5 durch. Wenn sie jetzt B gehen. Aber wenn die CT ist jetzt mega schnell ausschließen können, das ist ja geisteskrank, was da gerade passiert. Ja. Das ist aber Explosionshund aimt lower ab. Explosionshund. Der Hund, der Hund kann reinhalten mit kompletter Arre. Oh, Teamkill sogar von Popil. Popil hält in alles rein, was denn da von die Linse kommt. Aber Bumble ist auf B gelebt. Die haben zweimal Waffen gepickt. Oh, Kalisto. What the fuck? Jetzt müsste der Freaker, der hat das ein Kill. Jetzt muss er sich beweisen. Zusammen mit Blockice. Gucken, was er macht. Mr. Freak 1, 3, 9, was ist denn das? Der hat einen Frack, ja. Er ist im Klatsch. Jetzt gucken wir mal. Er hat eine gute Pose eigentlich. Er macht einen. Wo am Ende hin? Schade. Aber Mr. Freak muss ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Ja, Popil mit einem 4K in der Runde. Ja, Popil ist richtig gut. Und Teamkill, trotz Teamkill. Oder hast du mitgezählt? Mach dann Ace. Der hat 4K. Der wird doch direkt in Captain Capstalk eingeschillt. Ja, da weiß ich auch drauf. Mr. Freak auf der 7. Mal gucken, was da jetzt passiert. Er hat 6,2K. Mal gucken, was er macht. Könnte die AWP legen. Aber man berät sich. Was macht man mit dem Geld? Er macht nichts. Er bestellt nichts. Er macht eine Tech-9. Er macht eine Tech-9-Eco. Okay. Das ist B-Gabalt, oder? Die sind immer ein bisschen hungrig auf B, die T's hier. Kalisto steht da mit dem Mollo. Er steht perfekt. Der wird wieder in dem Kopf. Der fährt durch. Kalisto, er steht da. Kalisto 1. Jetzt Mr. Freaker. Was macht er denn? Kalisto ist so. Kalisto ist so. Kalisto ist so much. Er fällt halt erst in den Boden mit der 5-7. Aber hat es dann doch noch. Ja. Was Bliss noch so macht. Was war denn das für ein Mate? Wie sind die da zurückgeflogen? Okay, was soll's? Der Popel ist da. 10-4. Egen. Guck ich mal Mr. Freaker mit 6, mit 2 Freaks. Letzte Runde. Richtig Cash. Der sollte eigentlich eine Awe abgeben. Macht er. Er kauft eine. Will er so spielen? Nein. Nein, da wird getreut. Er hilft sie gegen den. Was passiert hier? Oh, die raffen das mit der Awe nicht. Ich bin sich uneinig, Alter. Ach du Scheiße. Wieder Richtung B. Ja. Kalisto, du spielst so gut auf B. Smoken immer seriös ab. Gefällt mir. Drei Leute Richtung B. Wieder lower erstmal aufbauen. Mal gucken. Wir spielen jetzt Mitte auf einmal. Sigvaldo, die haben Poses gechanged. Eieiei. Oh, jetzt geht's mal Mitte raus, oder? Mitte raus, ja. Oder kurz. Oh, Sigvaldo, den musst du machen. Nein. Oh, du schöner AWP-Frag. Der zooms immer noch. Oh, der Hult ist on point. Wollen sie jetzt kurz gehen, oder geht's Mitte raus? Nee, sie gehen kurz. Jetzt wieder Popel und Freezer. Ah, Popel spielst du eigentlich gut im Goose. Gucken, jetzt müsst ihr eigentlich angesagt kriegen vom Freezer, wenn er einen MMX hat. Ich glaube, ihr zieht das, oder? Ja, ja, jetzt weiß Popel Bescheid. Ja, Freezer steht auf Jumper. Oh, Popel aimt so krass. Der ist gut, Popel gefällt mir gut. Der hat doch frech an. Oh, die Flash. Nee, die war's. Nee, die war's nicht. Oh, aimt. Ah, machte nur einen, schade. Jetzt mal kommt Freezer. Schön gespielt. Nur noch Duvino. Und der wird gebacksteppt gerade, oder? Ja, ja, Kalisto kommt von hinten. Der kriegt mit rechts. Der kriegt mit rechts. Nee, nee, der trollt nicht. Kalisto, der freihardet. Kalisto? Doch. Nee, 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 nee. Kalisto zieht durch. Er zieht seine Linie durch. 11 zu 4. Ah, hätte auch anders ausgehen können, also. Ja, ja, ein bisschen knapper war die. Die spielen schon besser eigentlich. Siehst du, aber in den Fracks richtig schön knapp beisammelt, das Team da. Gute Fracks. Fracks. Ah, spielen's echt nicht schlecht. Du fixst das. Ja. Ich mach mal, SunFact kauft Diegel, ist es live, ne? Ja. Mitte runter, die sind ja irre. Duvino kannst callen. Nee, die fahren kurz durch. Ich muss sagen, gesagt, oh, schön. Duvino, schöner Hit. SunFact kann ich hüten. Oh, Mitte raus, Mitte Hass. Team Flash. Wer jetzt supportet schon von B. Da eben keiner B hoch, was ist das? Da Ultra, die Action. Duvino macht Full Flash noch ein. Duvino, echt. Kann er jetzt machen. Schöner Refresh, schöne Trades. Beide auf A. Jetzt können sie eigentlich B hoch. Ist gecallt und die gehen zurück. Mann, die spielen's geil. Ja. Dann können die C das eigentlich nochmal schnell beschieben. Wir können komplett über Cutters. Eigentlich direkt schieben. Boah, die denken, die gehen kurz durch. Die sind sich halt nicht ganz ihrer Sache sicher so. Aber Explosionshund und Spliss, das sind die beiden top. Was, was macht ihr? Da wird die Bombe gedroppt. Wirft'n der die Bombe da weg? Der wirft weg, oder? Popel. Ne. Oh, lol. Da müssen die Tonnen kommen. Popel, was war'n das? Die Runde weg ist. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Popel gegen den Schweinehund. Er hat's gehört. Das hat 3 HP. Da kann nicht mit ihm. Oh, so knapp. 5 HP. Die Runde war weggeworfen. Krank, Alter. 5 HP. Warum Popel da die Bombe wegwirft, weiß nur er. Das war irgendwie komisch. Da hat auch keiner Loch geguckt. Abo, na ja. Wollen wir mal, ob's dir noch knapp wird. Spliss, nach wie vor der Einzel-Zweistellige in seinem Team. Ich glaube, jetzt ist er in B. So, was steht denn auf der Seite B? Mr. Freaker. Und Block Eis. Was? Mit Zorn? Und das wird ein B-Rush. Gute Nate vom Freaker. Bisschen zu spät vielleicht. Geil Nate, Mr. Freaker und Block Eis. Oh, 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 oh. Die Eko, lecker Schmecker. Popel macht sich direkt ab. Mann, die MP9 ist echt geil, Close-Range. Ja, die MP9 entbockt. Popel, was kann man da machen? Mein Glück hat keiner noch einen Exit-Frag ziehen und noch eine Waffe picken, aber die haben fast alle Full-AP. Einfach ein paar Waffen ziehen. Schöner Klick. Ui, ui, ui. Wenn er nur noch zwei, drei machen kann, dann... Ja, Popel, der ist der Freaker, der ist richtig nervös. Ja, das... Boah, Mr. Freak, du nervöser. Boah, ist ganz schön mal nicht so schlecht. Aber zwei noch gemacht, immerhin. Oh, da wird geileidigt im Chat. Hallo. Keine Beleidigung. Gucken, was jetzt zum Beleidigen. Also, es war gerade... Haben die gerade komplett runtergefasst? Dass sie jetzt nur 1,9 haben? Ähm... Ja, anscheinend, oder? Haben wir auf jeden Fall noch mal eine Eco. Jetzt geht's lang. Ne, geht wieder B. Mr. Freaker. Mr. Freaker steht da. Der Bottom-Frager noch mit drei Flicks. Jetzt wird die Map wieder geflamed. Ja, ja. Ah, ne, wird lauer, wird lauer, wird lauer. Mr. Freak zielt aber richtig, richtig Kante-Uni ab. Als eine Ansage. Ah, Popel gespeckt. Wollen sie auch B gehen, wirklich? Stehen da noch ein bisschen ab. Ich spiele es aber wiederum auch gut auf der CT-Seite. Wird wieder abgesmogt. Jetzt geht man doch lower. Ich glaube, Mitte war Dovino. Ja. Die wollen den Win, die Jungs. Die machen es seriös halt. Noch mal gucken, was da geht mit der Eco. Oh, sie steht halt gut da. Sie qualen doch. Weil, die machen es eigentlich schlecht. Sie wollen halt die ganzen Smokes ziehen und so und dann drauf fahren. Jetzt mal gucken, Mr. Freaker. Wo steht der auf der Kiste? Ja. Ah ja, keine Chance. Jetzt zieht er um. Der Freaker da aimt so. Ah, da ist es krank. Das ist nicht, weil du bringt dann den Glock. Alter, ist auch irgendwann ein guter Move. Wir müssen dann halt zusammengehen. Jetzt sterben sie da einzeln. Ja. Das ist eine CD-Runde. Das reicht nicht. Dann können sie nicht mehr viel machen, die Tests. Oh! Glock. Peter Heller. Oh, die Bombe ist weg. 20 Sekunden. Die Bombe ist weg. Die Bombe ist weg. Oh, ist das bitter. Scheiße. Dann müsst ihr halt draufrennen und probieren noch. Gute Map. Kann ja nicht da down gehen, Alter. Dann müsst ihr halt draufrennen und gucken noch ein paar, irgendwie eine Waffe mitzunehmen oder so vielleicht. Wenn es da trafen würden, dass mit der Block. Ist das so low? Ja, okay. Die Runde hätten die Runde eh nicht mehr holen können. Das ist natürlich bitter, wenn man darf. Und ich wette, wenn wir in die Demo gehen, sehen wir, dass scheiße Block. Okay, es ist zählt, ja, schade. Jetzt müssen wir reinflamen in Team Bardocks, fuck. Die Bauflicks. Na, da war, der hat's halt safe trotzdem irgendwie gemacht. Ja, da war er daran beteiligt. Na, da war's. Noclip. Wir sehen eine AWP bei Dovino. Geht man da auf der Mitte, Freck. Der kassiert durch Door von AK. Das geht aber über Lang. Einfach mal durch die Holzdors mit AKs bei X-Uter-Damage. Gehen lang raus, die gehen lang raus. Fuck, wer steht da denn? Ja, ja, Garsin, Garsin. Wir nehmen den Top-Fragger, der zählt jetzt raus. Ja, jetzt muss der Hund on-spot. Die machen hier seriöse Smogs, kommt die? Oder halt echt, oder? Hä, haben die echt trainiert. Jetzt der Hund, oh, das ist schwer, da zu halten. Der kriegt durch Smog, ach du Scheißen, Rick. Oh, Dovino nochmal. Oh, Block, er ist der Push durch die Smogs. Aber das ist geil, die raten es nicht, die raten es niemals. Was blickt der denn da? Oh, dann ist er... Hä, war die Waffe leer von ihm, oder war? Ja, das war kacke. Dovino, gute Nade, die ist gut. Was? Ey, jetzt kann das noch... Da kann es noch händeln. Muss ich ihn gehört haben? Er soll die... Ach, er müsste... Saved er das? Fuck, das muss doch bekannt sein, dass beide low haben. Einfach versuchen. Mann, das hätte er probieren lassen. Ja, das ist low. Gegen zwei einfach mal versuchen. Wir wussten nicht, dass beide so low haben. Durch die Smogs war so ein geiler Move eigentlich. Aber er hat nicht Spot geguckt. Das war anlagig. Ah, schade. Ist aber bitter, dass er jetzt... Hey, fuck. Vielleicht wusste er einfach nicht, dass beide low haben. Aber jetzt ist 12 zu 7. Und die haben eine Eko noch. Und da wird zusehlich auch noch der Server geflamed. Oh mein Gott. Ist da lächerlich, oder? Die Map wird geflamed, der Server wird geflamed. Warte, ich mach das so gegenbeleidigend. Boah, da kann man sich ja ultra verstecken. Ja, in der Mitte unten auch. Ja, der kommt in das Interview nachher. Ja, ich besuchze ihn sowieso. Boah, ist eh schon kurios. Mal gucken, was die T's jetzt machen. Wobei? So, Wino, der Einzige mit der AWP bei den T's. Ah, der hat die gerade gesaved. Mal gucken. Kann den Frag nicht machen. Das wird scheinbar abgeämmt bei den T's. Oh, langes Contact schon. Besser. Das Bliss mit der Explosionsfahrt. Sunfake, bang doch einmal mal. Dann sind wir uns doch echt nochmal ein bisschen knapper. Ja, das Ding wird noch nicht. Machen wir auch Kreuzdecken unter Langs, eigentlich seriös. Sunfake, wenn er da wüsste, dass er hinterher durchsteht. Du kannst ihn so krank bangen. Ja. Ich bin Pistos. Das wird geschehen, das ist schon ein Spiel von Waldo. Nimm doch noch einen mit. Komm, Only Trades rein. Mal gucken halt, wie viel die AWP jetzt macht. Dovino, er aimt schon Richtung lang. Dovino muss das ein haben, aber sehr seriös. Weißt du, was mir einfach aufgefallen ist? Geht mal auf Alang. Ja. Diese eine Statue da. Die hat so ein Schild am Kopf. Mit so einem Wirbelwind oder so. Ich glaube, da musst du gegen Smoken, dann ist das die perfekte CT-Smoke. Das könnte echt sein. Weil der eine hat da gerade Mr. Freaker. Ach Mann, der tut mir auch leid. Muss auch wieder saven. Was, ey? Gibt es da was auch Mitte unten? Was dann? Dieses für CT-Smoke? Achso. Ich überlege gerade, ob das das echt sein könnte, dass da so ein komisches Schild dran ist. Hm. Außerdem, wenn du da über Kante wohl... Vom Winkel her könnte das passen, glaube ich. Glaubst du, kann passen. Naja, da Mitte geht nicht, wenn du da die Kante, also oben ran machst. Ich probiere es nachher mal aus. Sieht aus, würde es gehen. Und du musst halt nur gucken, halt von der Box halt, oben an die Kante. Und dann nochmal genau dasselbe halt auf der anderen Seite. Das würde halt nicht kommen. Oder ungefähr an der... Neu, Alter! Drück dir einen Vorbild nochmal komplett von der Map. Müsstest du von der Box aus... Das geht aber, glaube ich, trotzdem von der Box aus. Da gibt es am Spawn mit rechts. Was wäre? Keine Ahnung, wer das war. Ne, war nur Link. Nichts hat Low AP oder gibt es einen Dropping. Das ist jetzt die entscheidende Runde eigentlich für die CTs. So ein halber WTF, weil man hat eine AWP. Geht wieder Richtung Alang. Was ist der aber noch drauf? Kalisto fightet gerade mit Block-Eis. Ach du Kacke. Der Hund verimpft des Hasses. Ja, aber Kalisto hätte schon down sein müssen. Ich dachte, der wäre drauf gewesen. Oh, Hund. Hund, Hund, Hund. Sehen Sie, Hund? Oh, die Bombe ist lang. Boah, das ist ein Frag. Ist die Qual drum im Frack? Schön, haben sie es dabei gespielt. Die können A drauf. Was sind das für ein A-Hund? Da ist ja gar keiner mehr. Ja, Block-Nice. Aber noch der Hund. Aber da steht ganz def auf Kurs mit der MP9. Long-Range. Da wird nichts passieren. Was machen die denn? Ich meine, sie ist weg. Und Popel ist noch einmal Cutters. So ein Spielsfeld. Ja, das Ding ist gegessen. Das geht zu einfach da einnehmen. Ja, da war auf einmal keiner mehr Spot. Die machen Lime-Frag und dann ist keiner mehr Spot. Wotter hat auch gar nicht gepiekt. Der geht halt einfach weg. Wo ist Mr. Freak, Alter? Der ist Cutters. WTF? Oh, Block-Eis. Das ist auch die Reaktion von dem... Opel hat das MMX, Alter. Eieieieiei. Opel hat das MMX. Er macht beide, oder? Nee, Freak macht auch noch einmal einen. Aber die Runde ist weg. Ja, aber das Ding ist durch, glaube ich. Ich denke mal, das Map hat sich jetzt auch erledigt, ja. Höne-Frag noch mal. Freak hat noch einmal einen. Schön, jetzt regnet er sich halt auch noch ein bisschen. Schon zweistellig jetzt. Nicht mal... Äh? Auf dem Scoreboard, Sie, was ist's? Ja, man muss sich auch hinterfragen. Die Map ist halt schon seit Monaten bekannt. Und anscheinend hat halt Team Paradox hier tatsächlich überhaupt nicht trainiert. Ja. Also... Diese Nullen. Ja, Fibo, ich will es dann auch nochmal hinterfragen, weil du da dein Team eingeschaltet hast. Ja, ich als Manager weiß da auch keine Antwort drauf. Aber wer hier MMP wird, steht auch noch nicht fest. Popel, richtig gut. Popel, bisher ist für mich eigentlich... Vielleicht muss Team Paradox hat dann auch mal wechseln. Ähm, ich denke mal. Muss Mausports jetzt wechseln? Hm. Jetzt ist B. Wie readen die denn da, dass es ein B-Rush wird? Boah, alle B, Alter! Und die stacken. Aber weiß der Hölle, Kalisto hinter rein, du Idiot! Kalisto, der Infre-Fragger. Du Jungs nicht mehr an die Bohnen. Oh, schade. Aber Re-Frag. Aber die rechnen nicht mit 3B, glaub ich. Glaub ich auch nicht, ne. Jetzt ist aber bekannt, dass er letztendlich ist. Sunfake macht das nicht. Was macht es das denn? Ne, der wirft weg. Was hat der gemacht? Mit Live-Rauf oder was? Der geht halt Auto ran und der switcht einfach auf... Ja, das war aber bekannt, dass da einer war. Ja, der war halt guter bekannt. Boah, der ist da auch drauf, oder was? Der Hund von hinten? Oh, der Schweinehund von hinten. Jetzt ist er eng. Schönes Aiming. 2 gegen 2. Das ist ne CT-Runde. Du musst ihn doch sehen. Boah, die müssen ihn noch haben. Ja, ja. Das ist der Waldo. Hey, WTF? Was switcht der denn da? Boah, der Datei-Black, ey. Die switchen, da stehen nicht auf die Flash-Wang-Sprung. Weißt du, was war das? Waldo, fuck. Du hast ja weggeworfen, auf jeden Fall. Du hast einfach ein Voice-Shit-Un-Fuck. What the fuck, man? Fuck, scheiße. Fuck. Nee. Direkt Snap. Meiden. Okay, ich glaube, ich habe schon jahrelang bekannt. Das kann tatsächlich noch knapp werden. T-T-Russian-A. Oh, scheiße. Yeah. Alle wird man hier poliert. Hat Kalisto gesaved gerade, oder hat er die... Keine Ahnung. Hat er die bestellt, oder gesaved? Die AK. Nee, da hat er die auf. Die dauernd schon in der CD-Runde, da kann er nichts safen. Der ist mad und bestellt einfach. Direkt ein Hedgehammer. So ein Beleg bekommen von Sigvaldo, oder so. Naja, der muss jetzt halt was machen mit der AK. Nee, der hat die echt gekauft. Das ist ja ein AK. Der Mr. Fricker juckt sich nicht mal. Der hat aber irgendwie viel mehr Geld gehabt, als sein Mates. Ich bin noch besser ins Spiel. Ja, halt echt. Der war halt vielleicht wie Tigor am Anfang ein bisschen nervös. Jetzt ist er hier fast... Was ist er? Dritter. Er ist halt immer noch holzig, aber wird es langsam. Der Hauptsache hat nicht das Zeit. Oh, der Hund für kurz. Ah, tja, da war er genau auf dem Kopf, weil du für ein Diegelbrett... Oh, die Nate. Carl, die kommen noch mal Reh, die T-Ts. Weil die T-Ts jetzt die Runde weggeworfen haben. Bombe schiebt lang. Das ist gut, da ist nur einer auf Aral. Ist das Duvino oder wer? Nee, Duvino ist lower. Oh, Duvino mit dem Wechselb lower. Mach schön seriös. Ist das Blizz mit der AWP. Oh, geil, der läuft in perfekt rein. Die kommen mit noch mal Reh. Frizo mit der AK, mal gucken, was er macht. Was ist der even eigentlich? 30 Sekunden kann er nicht mehr holen. Den hört er aber, wenn er einen MMX hat. Ah, ich glaub, er soll es nicht haben. Ey, das ist ein HyperX-Pisser, also nicht. Ah, der Hund readet das oder was? Mitgecheckt, jaja. Guck mal, wie der Hund Bescheid weiß. Der Hund, der hat doch frech an, oder? Ja, ja, Free Fire, naja, der Hund ist gelastet. Hey, was war denn das von random? Vielleicht hat er die... Hat er die Füße da gesehen? Was für Füße? Ne, da dann. Ja, da dann. Kriegen sie noch die Waffe, ja, oder? Ja, ja. Ja, ja, Mr. Freaker. Jetzt gucken wir mal, die T-Ts haben noch eine Eco. 14,9 eigentlich jetzt, wenn sie mal. Wobei, die haben sie... Ne, ist Eco, oder? Ja. Also, das Schild hier am T-Spawn ist auch geil. Das hat halt echt einer per Hand gemalt und dann eingescannt. Das ist echt geil. So, wo geht's hin? Also, sie rushen auch nicht zusammen jetzt hier in der Eco. Ich geh mal auf Poplo und Kalisto, die haben beide einen Keul geforstet. Mal gucken, was geht. Kalisto hält B an. Ist weg. Und noch ganz unglücklich, glaube ich. Ah. Geht's doch schlimmer aus, als du war. Poplo hat das Stiegelbrett gleich gebrochen. Bei Poplo, ja, ja. Mr. Freaker hat er gesehen. Mal gucken. Jetzt. Oh. Ah, sie spielt's gut. Mal gucken, Kalisto geht mitte raus. Mit ner Flash. Ich glaube, der macht nen Frag gegen Dovino. Das ist ja mega voll. Ah. Dann kann das gut spielen. So nervös. Jetzt geht's lang raus. Lock halt. Der ist auf dem Spot. Der wird überrannt. Der wird überrannt. Alter, der hat ja nichts. Der Burst, das ist... Aber die Bombe liegt im Nichts. Aber die Bombe liegt vor Cutters, Mann. Hey, what the fuck? Wie geht das denn? Die Bombe ist im Nichts. Ich glaube, die hatte Poplo oder so. Fuck, die hätten halt nen Plan gehabt. Die nehmen halt den Spot so schön ein und dann liegt die einfach am anderen Ende der Map gut ab. Andersrum kann Poplo jetzt den Knödel holen und einfach B legen, weil sie schon komplett nach A-Fahrung sind. Das ist ja abgesprochen, glaub ich. Was ist denn das, Alter? Einfach durchrennen. Ja, Sunfake muss da jetzt noch die Läden. Ach du Scheiße. Jetzt sah ich die Läden wieder. Der raffst das, glaub ich, oder? Ah ja, der ist safe. Ja, der ist safe. Der plant geht durch. Der plant ist auf jeden Fall safe. Ja. Ah, jetzt raffen sie es, oder? Jetzt wird geschoben. Ah, geht direkt auf plant. Ja, gut. Kann man ihn vielleicht sogar holen? Ja, ich glaube, Poplo, das sind drei One-Hits. Der hat einen One-Hits. Ah, das muss noch gecrollt sein. Ah, er geht auf. Fertschluck. Und Name Punch. Zehntrunde. Und Mr. Free kommt mittlerweile Raute 1 bei den CDs. So, jetzt warten wir uns noch die CDs. Jetzt entscheidet sich's. Der hat die wenigsten Fracks, aber zusätzlich auch 9 Assists. Er macht viel fertig. Wie kann man denn so re-kommen? Die rollen die jetzt, oder die CDs sind aber nochmal richtig re. So, ich geh direkt auf Sigvaldo mit der AWP. Mal gucken, vielleicht kann man da endlich mal Fracks setzen in der Mitte. Ja. Also, bei den Balls, da muss man nochmal ein Geld kriegen. Ja, ja. IB, what the fuck. Das geht aber lang raus. Das geht aber lang raus, wiederum. Das ist lang. Hui. Wie das Blöds mit Abre. Oh, den muss er machen eigentlich. Ah, das Blöds, der ist nervös. Bis. Also, die trauen sich da nicht. Jetzt kommt man doch, Wolke. Mega Smokes, ja. Oh, gute Nades hier gegen ihn. Das ist durch da. Schöne Nade gegen den Hund. Schöner Frack, Kalisto. Jetzt gucken wir mal, Spliss. Oh, wenn er jetzt aus der Smoke kommt, Spliss. Wenn er jetzt aus der Smoke moved. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Der wird aber gereedet. Eins. Und der zweite hat auch Loge. Alter, fuck. Er riecht von lang. Waldo kommt von hinten. Fuck, was passiert hier? Boah, Sigvaldo, Alter. Nur noch Block-Eis. Kann da nix für eine gute Runde. Das war unlackiertes Hasses. Das war ultra knapp. Hätte er den zweiten noch mit der 5-7 geholt? Ja, schade. Matchpoint. Aber sie haben nochmal Geld, die Cetis. Ich glaube, der Hund kann sogar eine Aave vor es noch. Ah, weiß nicht, ob er... Na gut, er hat Kämpfer schon getroffen. Er hat Kämpfer, er macht es auch. Zwei im Vier ist, wenn alles normal abläuft hier. Kalisto ist hungrig, der fährt mit runter jetzt. Jetzt hat er selbst Vertrauen. Der macht es echt. Oh, du Vino, da hat er schon was gereedet oder so. Wenn er sich jetzt mal mit rausflasht. Aimen, 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 aimen. Hat nen Headshot bekommen. 14 AP. Soll B werden, aber ist wieder der B-Stick. Soll der Dubiose Overtime, ja. B-O-1. Was ist hier da denn? Was, 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 wo, wo, wo? Das Ding ist durch auf einmal. Wo ist denn das passiert? Die haben so einen kranken Boost gemacht. Loil, das war ja krass. Loil. Aber ich glaube, der Hund macht nochmal eine kranke Runde jetzt. Der Schweinehund, die da haben. Aber eben kurz. Dubiose hat hinterfragt. Oh, nee, nee, das Ding ist durch, oder? Das ist weg, glaube ich. Der Hund, der perfekte Molli. Der Hund nochmal, doch nochmal. Loil, lang, lang, duit, joil. Was macht der denn? Was ist denn, Alter, du Scheißer. Hä? Nee, nee. Das Ding ist doch weg. Fuck. Alter, Hund. Was ist das? Nee. Der Hund auch. Oh, was war das denn für eine Runde noch? Der Hund ist doch nochmal safe. Was, nicht 5 on 2 oder so? Oder 4 on 2? Das sind hier beides Team Paradox. Das ist Team Paradox gegen Team Paradox. Der Hund sind hier. Es wird nur Overtime ohne Scheiß. Das wird echt Overtime. Wir haben Schweinehund, das wird nochmal richtig eng. Jetzt will ich mal einen Rush sehen, Mann. Tees. Lang raus, oder was? Popel, Popel für das... Das ist halt die AWP. Jetzt gehen sie Mitte, aber Mitte ist halt auch kacke. Dubino hat da Free Freaks mit der AWP, wenn er kurz endet. Na, beide AWPs auf A. Dubino hält an. Dubino kann ansagen, 1, 2, 3 durch. Jetzt muss der Popel wieder halten. Kurzes Gang-Timer ist jetzt rafft, euch den zu holen. Wer ist denn da auf dem Spot? Ich finde den nicht. Die machen ja, die fällt mir überhaupt nicht auf der CT. Bomben wird gelegt. Man kann dich hinter der Kiste legen. Das macht einen. Atom-Nades. Was macht der? Jetzt holen die die Eko, oder was? Was ist jetzt los? Die ziehen ohne die Nades, Alter. Das Ding ist durch jetzt, oder? Das erledigt jetzt, oder? Dubino von Lang. 1! Ne, oder? Was? Und Waldo? Aber Bomben liegt nicht für ihn. Bomben liegt nicht für ihn. Der kittet durch, die Runde ist weg. Die Runde ist weg. Was ist denn das hier? Du Wino schnittet wie jetzt. Da pack deinen Koi raus, Alter. Das ist too much. Mann, die war doch schon wieder weg, die Runde. Du Wino hittet aber auch Dubio's da nochmal rein. Der erste Langklick, der war lächerlich. Naja, das war ein bisschen Aim-Correction. Das war wieder 4 gegen 2, Alter. Jetzt tickt Waldo mal mit im Frack setzen. Und was du Wino jetzt? Unhit! Guter Hit, schön gespielt. Noch einer? Ne. Lang, 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 lang Action. Der Hund. Hund ist da und die Schweinehund. Na ja, jetzt... Jetzt, Liz, komm. Das hat halt diesmal keine AWP. Boah, was? Das muss doch jetzt die Z-T-Runde sein. Das kann man nicht wieder verdammeln. Mr. Freaker Atom-Mate. Wenn er jetzt durchpusht, ist er ein König. Mr. Freak, Alter, geh doch durch. Was soll das denn? Die werfen wieder weg, die Runde. Das ist so krank. Ah, Freaker, nee, das Ding ist durch jetzt, oder? Ah, jetzt raus. Lock Ice, da kann ich mich noch holen, oder? Was machen die denn? Was ist so viel Scheiß getan? Nee, oder? Nee. Nee, oder? Nee, bleib nicht. Boah, sind die nervös, Alter. Good game, bist du nice. Richtig irre, ja. War kurios am Ende noch, ja. So, Popel, aber absolut MVP. Ja. 29, 17. Nice gespielt. Wie wollen wir das Interview holen? Eigentlich ist Block Ice-Domber für die dubiose Nive-Runde, oder? Ja, das ist der Fall. Hallo, hallo? Hallo. Na ja. Wir wollten noch mal hinterfragen, was da in der Nive los war. Wie du auf die Idee kommst, da einfach mit Pistolen reinzuhalten. Ja, ich hab mich halt nicht prepared, Sub Wars, ne, und hab die ganze angetrunken vorher. Und ja, das passiert so halt. Ach soo. Ja, da war ein bisschen Alkohol im Spiel, ne? Es sind noch fünf Sekunden auf der Uhr, und du schleichst auf den Spot rum. Und was ist da passiert? Ja, Alkohol. Ja, außer Alkohol. Ja, der war ein bisschen. Ja, der war ein bisschen. Ja, der ist ja noch Corona, wollte ich sagen, oder? Und, oder? Und, oder? Und, oder? Und, oder? Wer noch? Ja, Popel. Ja, Popel war... Ja. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's? Du bist unser Alkohol, die das Spiel ist, deine absolute Meinung dazu. Ja, total easy, wie immer. Welchen Rang hast du? Ja, der ist ja. Lobel. Ah, nice, nice, nice. Lobel. Ja, locker, easy, Alter. Äh, nochmal eine Frage, wenn du auf die Idee kommst, sich Popel zu nennen, das ist... Ja, das ist aber auch... Jahre her, keine Ahnung. Ja, wie ist das passiert? Ja, weiß ich noch nicht. Ja, aber du setzt dich ja eines Tages hin und denkst, so, heute fang ich jetzt mal an im Internet Computerspiel zu spielen, wie nenn ich mich? Und du bist auf Popel gekommen, wie passiert sowas? Kann ich nicht erklären. Ja, das willst mir doch. Boah. Keine Ahnung, wie ich auf den Kack-Namen gekommen bin. Geht euch aber auch nichts an. Also eigentlich geht's uns nichts an, wenn wir hier rausfahren können. Okay, auf jeden Fall ein starkes Ding. Vielleicht nochmal Mr. Freaker, der richtig schwach angefangen hat, aber dann ist er richtig krass noch geworden. Also Popel, gutes Ding. Ist er noch da, der Freaky? Ja, so geht's. Oh, schon, guten Abend. Oh, guten Abend. Was, wer? Guten Abend. Hallo. Freaker, du bist okay. Das war ein bisschen wie Regi. Kennst du den? Stell von Reg? Ja, klar. Gute Regi. Kommst du auch aus dem Zorland? Oder wo kommt der? Ach du Kacke, das ist genau so. Wir wollten mal hinterfragen. Wir haben, du hattest glaube ich nach 10 Runden einen Freak. Aber bist am Ende noch richtig Regi gekommen. Nee, nee. Nee, das glaube ich nicht. Safe. Was? Doch, doch. Wirst du sagen, ich lüge oder was? Nee, nee. Komm raus mit dem Muffer raus. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ey, Hund. Ja, ja. Moin. Nichts. Ja, gut, das war nice. Die Möp ist geil, ich will die auch mal spielen. Adikop.